keine sorge herr hauptmann wir erreichen unser ziel bald am 24 februar 1945 hatte die aufklärergruppe von hauptmann leonit kusinkow in den stab der 26 armee berichtet dringend an matuschen im gebiet von tschechoschecharwar wurde bewegung der feindlichen technik bemerkt anzahl 60 panzer und 40 truppentransporter straßenpatrouillen wurden verstärkt der gegner plant offenbar einen gegenangriff kusinkow dringend an kusinkow befehl feststellen der menge der feindlichen technik zwischen der stadt tschechoschecharwar und dem balatonsee einen feindlichen offizier dienstgrad mindestens hauptmann festnehmen spätestens bis 26 februar berichten matiuschen was ist denn da verdammt das hat uns doch gefällt keine sorge herr hauptmann das ist nur ein verroteter baum ich werde ihn wegräumen achtung hinterhalt bitte im winter von 1945 schlägt die rote armee die wehrmacht an allen fronten am 13 februar wurde budapest eingenommen das nächste ziel ist wien das oberkommando gibt einen befehl aus zur vorbereitung einer offensive die lage von hitler deutschland wird verzweifelt mit dem verlust von ungarn verlor deutschland einen großen teil der industrie die gefahr der eroberung hängt über den ölvorkommen beim balatonsee mit ihrem verlust bleibt das reich ohne öl trotz der direkten bedrohung von berlin verlagert hitler die sechste ss panzerarmee mit ihr will er die südliche flanke der sowjetarmee zerschlagen mit der unterstützung der sechsten feldarmee und der zweiten panzerarmee hitler gab dieser schlacht eine außerordentliche bedeutung wäre die rote armee am balaton zerschlagen würde es das ende um einige monate hinaus zögern den sowjetischen vereinigungen zwischen balaton und donau stand eine große kampfstärke gegenüber die die letzten reserven und die verzweiflung der deutschen beinhaltete berichten der aufklärung über die hohe konzentration deutscher technik hinter dem ballaton misstraute das oberkommando die kampf stärksten truppen der wehrmacht sollten der logik nach bei berlin stehen der kommandierende der dritten ukrainischen front fördertol buchen bekam den befehl des oberkommandos die vorbereitung der offensive auf wien fortzusetzen und zeitgleich eine verteidigungsoperation durchzuführen um den angreifenden gegner zu zerschlagen obwohl die front bis zu 200 kampfbereite panzer t 34 und schermann zur verfügung hatte war das ungenügend um die kampfstärken auszugleichen also setzte tollbuch in erfahrtillerie der plan sah den aufbau mehrerer verteidigungslinien vor die tiefe ging bis zu 30 kilometer in der ersten linie befanden sich die frontvereinigungen die zweite linie verlief etwa zehn kilometer tiefer in diesem bereich sollten die normalen armee teile den gegnerischen ansturm aufhalten sie sollten den gegner erschöpfen die höchstmögliche anzahl der technik vernichten die zugänge zu budapest und sundonau deckte die dritte verteidigungslinie diese streitkräfte waren dem stab der front unmittelbar zugeordnet an die dritte linie zog man zwei panzer kurs und den erstmechanisierten gardekort zusammen panzer und die selbstfahrlafetten der drei kurs hielt tollbuchin als mobile reserve für den fall des durchbruchs der zwei verteidigungslinien die panzer wollte er sich für die wien offensive aufheben anfang märz wurde die artilleriedivision von hauptmann pjotr michen in die erste verteidigungslinie gebracht vor einem monat hatte seine division bereits einen panzer angriff bei budapest abgewährt dabei schoss er neun panzer ab bevor sein geschützt durch die durchgebrochenen panzer plattgewalzt wurde dabei starb fast der gesamte personalbestand in der entfernung hörte man das dröhnen von motoren deutsche technik kam der front immer näher der divisionskommandant hörte das und sein herz raste er wünschte sich dass die ihm neu geschickten soldaten den sieg noch erleben und nicht unter der ketten der panzer geraten vor der offensive haben die deutschen beim baller ton über 800 kampffähige panzer und selbstfahrlafetten konzentriert darunter 429 panther und 104 königstiger viel mehr als das sowjetische oberkommando erwartete somit hatte die wehrmacht beim baller ton den doppelten vorteil in panzer und selbstfahrer fäden die anzahl der rad und halbketten fahrzeuge war um das mehrfache höher dabei waren die deutschen panzer deutlich schwerer als sowjetische oder amerikanische die kampfstärkste einheit die sechste panzerarmee ss wurde vom obergruppenführer ss josef dietrich mit dem spitznamen sepp geführt von der aristokratischen generalität bekam er keinen respekt wie general feldmarschall von rundstedt sagte war dietrich ein entscheidungsstarker aber ein dummer kommandant er konnte nur schlechte karten lesen aber für die operation am baller ton passte sepp ideal er besaß viel charisma und er konnte leicht die anderen für sein vorhaben gewinnen ich glaube ein erfolg schrieb in seinem tagebuch oberschaufführer ernst barkmann aus der panzerdivision das reich der sechsten armee von sepp dietrich bei den russen kann niemand kämpfen ihre divisionen sind angeschlagen sie haben nur noch soldaten der zweiten klasse verwundete oder die früh als unfähig eingestuften die russen holen nachschub in den asiatischen randgebieten oder in den westgebieten und die wollen nicht für die bolschewisten sterben tatsächlich haben die panzerabteilungen bei den februar gefechten verluste erlitten in der bataillon von vasily brüchow aus der 170 panzerbrigade blieben weder personal noch panzer er selbst war leicht verwundet und floh aus dem hospital an die front die brigade bekam leichte jagdpanzer su 76 und reparierte t 34 76 als personal bekam er frischlinge nicht kampferprobte doch der barkmann unterschätzte seine gegner gegen märz waren die meisten kampffähigen panzer zu einer brigade zusammengefügt worden für den fall eines durchbruches das 18 panzerkorps bezog die position hinter dem welenzer see mechanisierter korps mit dem schermans stand bei der donau als reserve und die letzte verteidigungslinie im osten das 23 panzerkorps deckte die richtung auf budapest dort waren nur noch 20 panzer übrig weniger als einer brigade zusteht frühlings erwachen war der name der operation die auf der technischen überlegenheit der deutschen basierte und gleichzeitiges angreifen aus drei richtungen beinhaltete der wichtigste angriff sollte vom brückenkopf zwischen den welenzer und balaton sehen stattfinden mit den kräften der ss panzerarmee und der sechsten armee aus dem süden wurden zwei hilfsangriffe ausgeführt die deutschen wollten die dritte ukrainische front aufteilen und zerschlagen und sie hatten alle möglichkeiten dazu trotz aller maßnahmen konnte die hohe panzer anzahl zwischen den welenzer und balaton sehen nicht geheim gehalten werden daher hat das sowjetische oberkommando hier die höchste anzahl an artillerie positioniert im süden von ungarn hatten die dem tollbuch in unterstellten dritte jugoslawische und die erste bulgarische armee die verteidigungsstellungen bezogen doch tollbuch in wusste dass die hohe überlegenheit des gegners in panzertechnisch nicht kompensiert werden konnte die deutsche operation begann in der nacht am sechsten märz mit zwei ablenkern griffen im süden die zweite panzerarmee der wehrmacht weckte sich richtung kopisch deutsche durchbrachen die verteidigung der ersten bulgarischen armee verbündete der deutschen ungarischen und bosnischen kräfte überquerten den fluss drau und errichteten einen brückenkopf am linken ufer der angriff aus dem süden kam überraschend für das sowjetische oberkommando doch der hauptschlag wurde nördlich des balaton erwartet und er ließ nicht lange auf sich warten der angriff begann um neun uhr morgens nach einer halbstündigen artillerie vorbereitung griffen die panzer von sep dietrich an doch diesmal wartet eine unangenehme überraschung auf die elitären panzer einhalten oberschaufführer barkmann schrieb in seinem tagebuch die evans haben viele fallen vorbereitet die russischen kanonen stehen offen und sobald wir sie zerstören schießen sie von den seiten wir siegen doch wir haben keine ahnung von wo sie das nächste mal kommen die asse der sechsten panzer armee ss mussten am eigenen leibe die taktischen vorbereitungen der sowjet erleben ein artillerietrick der sogenannte feuersack zwei oder drei geschütze stehen in der mitte der position sie waren die flirtenden sie feuerten zuerst und deckten ihre stellung auf die panzer griffen an mit der frontpanzerung zu den flirtenden kanonen bei den königstigern was sie bis zu 150 mm dick das todesduell wurde in ungleichen bedienungen geführt die sprengarnaten der panzer töteten die soldaten sogar wenn sie nur in der nähe eintrafen genaues und schnelles feuer der artillerie ist die einzige rettung so kann man die panzer zumindest bewegungsunfähig machen wenn man sie nicht zerstören kann als die panzer nur wenige hundert meter von flörtenden weg waren bekamen sie plötzlich feuer aus dem hinterhalt die schütze und selbstfall lafetten gut getarnt und an den flanken positioniert zielten in die seitenpanzerung die verwundbar war auf diese weise wurden die schweren deutschen panzer die in einen feuersack kamen gleich aus drei richtungen beschossen die selbst auf opferungsbereitschaft der flötenden soldaten erlaubte es die deutschen panzerkeile zu verlangsamen und bei ihnen die ersten verluste zu verursachen wegen der hohen konzentration an tiger und panther bis zu 50 stück pro kilometer der angriffslinie konnte sepp dietrich die ersten verteidigungslinien der sowjetischen divisionen durchbrechen erfolge der zweiten panzerarmee südlich des ballatons waren bescheidener der hauptmann peter michen verlor die geschütze beim panzerangriff bekam eine verwundung aber er blieb am leben von anfang an ging die deutsche offensive nicht glatt der widerstand der sowjet zwar zu stark außerdem konnte sepp dietrich in dem engen raum zwischen dem ballaton und dem wellenzer sehen nicht die gesamte sechste armee in die schlacht schicken das zweite panzer kosser setzte sich erst gegen abend in bewegung die verlorene zeit versuchten sie in der nacht aufzuholen die panzer waren mit nacht sich geräten ausgestattet mit optischen richtvisieren und infrarotscheinwerfern am ballaton verwendete man diese geräte zum ersten mal in solchen massen die nachtgefechte liefen im bereich von salvis die sowjets hatten keine nacht sich geräte sie versuchten das schlachtfeld mit leuchtraketen und brandgranaten zu erhellen das half nur teilweise und deckte die verteidiger auf am ersten tag der offensive musste die rote armee scherägees verlassen östlich der swellenzer see doch die deutschen schafften das wichtigste nicht denn durchbruch der gesamten verteidigungstiefe der frontkommandierende behielt die volle kontrolle über die streitkräfte es gab keine panik oder unordnung am zweiten tag der offensive befähigten sich die deutschen panzer östlich des serie gs auf der position des 18 sowjetischen panzerkorps troll buchen befahl zum gegnern griff mit allen reserven des kurs einschließlich der am selben tag erhaltenen 20 t34 panzer mit frischen besatzungen die deutschen begegneten dem gegnern griff mit jagdpantern das hornen und mardern der sechsten armee ss die stuks waren auch effektiv sie hatten eine niedrige silhouette und waren schwer zu sehen ergaben auch ein schlechtes ziel wir haben die ivans zurückgeschlagen schrieb jans backmann in seinem tagebuch aber sie sind sehr aufdringlich nur am dritten tag haben die deutschen panzer die verteidigungslinie östlich des welenser see durchbrochen sie näherten sich der letzten front verteidigungslinie bis zu der stadt donau füllt war unter donau blieben nur noch 25 kilometer toll buchen verstärkte das 18 panzerkorps durch selbstfaller fetten die er gegen deutsche angriffspitze aufstellte ein kommandeur der so 100 division die ihm einen tag zuvor zur verstärkung geschickt wurde fragte nach feuererlaubnis doch erst als die deutschen sich auf 500 meter näherten kam der feuerbefehl unsere verteidigung quachte auf alle panzer selbstfaller fetten geschütze feuerten es begann ein tödlicher kampf die t 34 bewegten sich nach vorn um keine unbeweglichen ziele zu sein die panzer kamen in den nahkampf und vermischten sich es wurde auf kürzeste distanz geschossen reflexe und schussgenauigkeit waren hier entscheidend im dichten rauch und dreck haben die t 34 besatzungen zwei vorteile des panzers genutzt den geringeren bodendruck und die schnellere turmdrehung die langsame turmdrehung und das durchsieken der panzer in den dreck kostete den deutschen viele kampfmaschinen im kampfeifer befall der kommandeur brüchow den halt und guckte aus der maschine raus in dem rauch sah man nur wenige meter weit links von ihm machte der kommandeur eines panthers das gleiche den t 34 sah er nur als der dieselmotor wieder auf brüllte brüchow richtete das visier auf den panther panzer brechend war geladen es blieben nur noch sekunden bis der panther sein ziel mit seiner fünf meter langen kanone anvisiert auf dieser distanz durchschlägt er den t 34 aus jedem winkel der panzer erstarrte und gab dem schützen die möglichkeit zum zielen als der schuss knallte drückte der fahrer aufs gas still zu stehen ist gefährlich deswegen sah der kommandeur nicht den orangenen ring der durchschlagstelle auf dem panther von der rechten seite des panzers hörte ich das kreischen des aufgerissenen stahl die luft füllte sich mit weißen funken in den kampfraum drang ein lautes pfeifen und dröhnen wir sahen grelle heiße flamme die lunge füllte sich mit der luft ohne sauerstoff das blut strömte über meinen kopf und hals wir fielen aus der drei meter hohen turmlücke und krabbelten so weit wie möglich weg vom panzer zwischen donnafeld war und ges blieben zehn zerstörte und 14 beschädigte panzer die ss truppen zogen sich zurück dieses gefecht war der erste sieg der sowjetischen panzer truppen während der balaton offensive doch an den anderen vorstoß richtungen hatten die deutschen mehr erfolg marschall toll buchen berichtete dem oberkommando über eine bedrohende lage der zentralen teile der front er bat um verstärkungen vom norden ungarns aus dem bestand der zweiten ukrainischen front und bekam eine absage er musste mit dem was er hatte fertig werden die lage wurde verzweifelt hitler dachte dass die sechste panzerarmee ss und die gesamte heeresgruppe süden einen schritt vom sieg entfernt war einschlag und sowjets werden von den ölfeldern zurückgeworfen am morgen des neunten märz befahl der führer innerhalb eines tages richtung donau durchzubrechen die deutschen führten einen schlag richtung stadt simontonia im südwesten aus am angriff nahmen teil bis zu 450 panzer selbstfall lafetten und gepanzerte truppentransporter die erde bebte die motoren dröhnten panzer und artillerische schütze vermischten die verteidigungslinie des 35 garderschützenkorps mit der erde die schlacht ging in die entscheidende phase marschall tolbuchen bewegte alle reserven der zwei armeen in die schlacht dadurch entblößte er die anderen angriffsrichtungen hauptmann brüchow führte seine battalion in eine position blieb aber erstmal passiv die panzerbrigade nahm eine günstige anhöhe ein von wo man die umgebung bis zu 1,5 kilometer weit sah die deutschen entdeckten die panzer und stellten den vormarsch ein sie manövrierten entlang der verteidigungslinie und suchten nach einer schwachstelle die zeit war auf der seite der roten armee die streitkräfte bekamen nachschub zahlreiche artillerische schütze nahmen stellung ein um eine zahlenmäßige überlegenheit zu schaffen die unentschlossenheit der ss-armee war verständlich um die verluste zu reduzieren haben sie den angriff auf die nacht verschoben um die nacht sich geräte einzusetzen sie hoften ihren erfolg bei serie gs zu wiederholen doch es klappte nicht vom osten gingen plötzlich starke luftabwehr scheinwerfer an durch die nacht sich geräte sahen die deutschen jetzt noch schlechter als die sowjetischen soldaten weder an diesem noch an den folgenden tagen gelangt den deutschen ein durchbruch zu donau die sowjetischen soldaten menschen zweiter klasse nach meinung der ss-truppen haben den angriff der weltweit stärksten panzerstreitkräfte abgewährt die sowjets haben nicht nur den angriff abgewährt sondern haben auch zugleich eine offensive vorbereitet diese offensive wurde ohne eine operative pause eingeleitet und endete mit dem rückzug der deutschen aus ungarn die weite von balaton bis zum alpengebirge war mit beschädigten und verlassenen deutschen panzern voll damals kam es zu der aussage von sepp dietrich man nennt meine panzerarmee die sechste weil sie nur noch sechs panzer hat kaum eine andere schlacht des zweiten weltkriegs hatte solche folgen die wehrmacht verlor die treibstoffversorgung die panzer elite von nazi deutschland existierte nicht mehr es wurde in naher zukunft mit dem fall von wien gerechnet für die berlin verteidigung blieben nur noch kleine teile der abermals gewaltigen panzerarmaden die deutschen evakuierten alle pferdegespanne aus dem ostpreußen